Hallo liebe Freunde, heute mal ein Voting und zwar möchte ich von euch wissen, ob ich an dem Voting von Tigerciller93 teilnehmen soll oder nicht. Und außerdem möchte ich noch ankündigen, dass ich demnächst Risen und Venetica Let's Playen werde. Das sind beides sehr sehr tolle Spiele, die auf YouTube leider absolut unterrepräsentiert sind. Und ich opfere mich einfach für die Community, werde beide Spiele kurz und knackig durch Let's Playen, um die halt einer breiteren Masse mal näher zu bringen. Außerdem könnt ihr mich natürlich gerne abonnieren, was heißt könnt, ihr müsst mich abonnieren und in Tigerciller93 natürlich auch. Das war's von meiner Seite, bis demnächst, tschüss!